A, jetzt kommt. Mach danach Bildschick in Gruppe, bitte. Erste Frage, wer tauscht seine Weihnachtsgeschenke eher um? A, Männer, B, Frauen oder C, beide? Beide falsch, A. Ah, scheiße. Echt? Hast du B gemacht? Zweite Frage, welches Weihnachtslied hört Philipp Klingmann am liebsten? A, Last Christmas, B, Rudolf, The Red-Nosed Reindeer oder C, It's December? Auch wieder weiß. It's December. Letzte. Hä, so wen hat da Weihnachtslieder, Mann? So, letzte Frage. Auf welchem Weihnachtsmarkt steht eine 17 Meter hohe Glühwein-Pyramide? A, in Paderborn, B, in Karlsruhe oder C, in Rostock? Warte kurz. Ich muss das wissen, Mann. Geh einfach. Diesmal beide richtig. Du wusstest du das? Ja. Aber der kann doch Karlsruhe, der ist hier in der Nähe. Was ist das? Okay! Was último!